Sehr gut. Und was würden Sie sagen, waren in Ihrer Dressur heute die Höhepunkte? Ich glaube, die Piaffen waren sehr gut. Ich glaube, mit einer Passage am Anfang war ich nicht 100% zufrieden, aber ansonsten ist das, glaube ich, auch ein echter Höhepunkt des Fährtes und ich hatte in der ganzen Galopptour echt ein ganz, ganz gutes Gefühl. Schritt geht da immer gut eigentlich. Ich bin eigentlich rundum zufrieden. Das hört sich ja toll an. Was ist denn das nächste Ziel, auch gerade für Omaha, was man vielleicht noch verbessern könnte? Ja, also wir müssen jetzt einfach mal einen Plan machen. Ich bin ja hier jetzt wirklich gerade erst eingestiegen. Das war unsere erste Weltcup-Qualifikation. Das ist natürlich auch recht spät jetzt. Und wir müssen jetzt einfach mal reden und Pläne machen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich glaube, wir müssen erst mal reden und dann, bevor ich jetzt irgendwelche Spekulationen rauslasse, möchte ich gerne erst mal selber einen Plan haben. Okay, alles klar. Vielen Dank und dann ganz viel Erfolg für die weitere Saison. Dankeschön.